Na nun kann auch Pöscher, Junge Und mit diesem Wort beginnen wir die nächste Folge und zur ersten Folge mehr gesagt von Stick Fight The Game Was gerade ein bisschen beliebt ist bei den Youtubeern Wir spielen da einfach mal Das gibt's ja gar nicht Komm ran, Junge Direkt Scheiße, Junge Wir machen erstmal alles normal Ich bin ja blau, ne? Ich weiß nicht, welche Farbe ich bin Nein, warte, was ist das? Nein, M16 Oh, da liegt ein Schrotz Ich hab das Spiel lange nicht mehr gespielt Oh nein, Gelb-Grün Geh weg, Grün Na der Rote hat einen Headshot gekriegt Ich bin der Rote, aber ich kann grad nicht drauf klauen Da oben Und da oben, Junge Na du Oh Neue Was sind das? Sag mal Ja, was machst du denn du, Seemann-Loll? Ah, das ist ein Gewäuble Ah, das ist ein Gewäuble Ah, ich find das Ich find das Zielen hier absolut nervig Ah, Alter, was? Ja, das Zielen ist hier richtig scheiße gemacht für mich Ja, du musst mit der Maus spielen, oder was spielst du? Ja, ich spiel ihn aber auch so, aber trotzdem ist das Kacke Mit meinem kleinen Finger Was ist das? Oh, ist das so schwer Nein, Friedemann, was sollte die Scheiße Was ist denn hier fliegt? Ah, das hat hier fliegt Ah, das hat hier fliegt, ne? Ja, was war das? Nein, die hat mich Nein! Nein, Schlange Nein! Aua Noch mehr Schlangen! Nicht Oh, das ist mein Junge, ich sag's ja Richtig Nein, Chris, Junge Keine Scheiße machen Warte mal, Sniper Alter, das ist grad Schande Keine Scheiße machen Der drübenlichte Shotgun, Justin Ja, ich muss grad eine Schlange Alter, ich hab das Spiel vorhin das erste Mal gespielt, ja? Ja, ich weiß Ja, da darf er da un, Junge Hat ja überhaupt nichtaker Buben oder so zugegeben Boa Ich hab das auch noch... überhaupt nicht gefährdet Отis, inti mit serv Ei, so, was soll denn das jetzt? Was soll ich denn das? It war für Färutsch Was ist das denn getönt, aber was ist das ein Geist? Wohnung & Das ist erstmal so ne Scheiß Hä, warum mal... Pfle, 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 Pfle Pfle... Ente ist der End-Pass Ente ist mein End-Pass Wir müssen wir töten Wir müssen jetzt Wir können uns nicht töten Wir müssen Ente töten Ach so nuevos Was ist denn das für ein Schwachsinn jetzt? Ente verpiss dich alter! Hey warum kann man Ente nicht kaputt machen mit der Waffe? Ach du hast ja immer gott! Warum kann man denn da oben so ein Leben folgen? Ich hab ja übelstes Magazin Ente reingehitten alter! AHHHHH Viel Leben hat ein Ente! Da oben! Ihr könnt mich hier so gut wie nicht besiegen Kann ich meine Waffe wechseln? Oh was hast du? Stachel AHHHHH Nein Hey das geht ja auch nicht, man kann die auch nicht besiegen Das geht ja auch nicht, das geht doch auch nicht Das geht doch gar nicht Nein! Ich brauch doch ne Waffe! Messer! Nee fuck! Das ist kein Messer! Das hier! AHHHHH Wer ist der Grüne? AHHHHH kacke! AHHHHH Ente da ist schwer! AHHHHH ÄH warte ich schlägt da irgendwo Stich Stich Wir haben uns gegenseitig geholt oder? Nein Nein Fusel Weg von Chris weg von Chris Ente komm mal runter Boah Ente komm runter Ente komm runter Nein! Lass mich Alter, das ist für Rückstoß Junge Ente ist tot Aua, Friedemann reicht Schade AHHHHH Komm ran Junge AHHHHH 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 Du willst das richtig Ja Friedemann weiß das eigentlich nicht Friedemann Ey Ente, Friedemann, Friedemann, keine Schallischen Was machst du? Friedemann hat Eiskeiter und gekämpft dann jemand hat auf mich Ja gekämpft, das ist die Mission dieser Runde Nee, nee, ist keine Mission Jungen Ja, leckt mich an! Wo bin ich? Friedemann, mach mal ganz ruhig Ich lebe noch Ey, wir haben mir jetzt Okay Scheiße, ich bin hochgefahren Jaaaa Uninfragged Oh nee Oh nee Oh nee Scheiße, Junge Fuck Ente, was mach ich jetzt bei dir auf? Oh nein, das ist ne Waffe Das ist ne Waffe Boah, ich hab mich gerettet Friedemann mit so'n Arsch Ah Hä? Hä? Ente? Er hat Ente gewonnen Weil ich okay bin Nein Ja, du war Haha, dann Scheiße Boah Ey, was? Yo, also Easy, Junge Oh nee Ist ne Löcher, Friedemann da rein Ich hab Friedemann da rein, ja und Neu, jetzt hat's aber auch noch Gehurt, sie leckt Entverwiss dich, Junge Scheiße Da muss ja jemand anders hosten Ah, hallo Was soll ich hosten? Jemand anders hosten, weil wenn ich hoste, dann leckt das Spiel ein bisschen Warum auch immer Das ist ja schlimmer als ein Puppentrill Oh nee, Friedemann reicht Schade Hä? Achso, F Was macht der Ente da oben? Waffe wechseln Wie kann man Waffe wechseln? Wie kann man Waffe wechseln? Ahhhh Boah Wow Eins auf Mit F kann man wegschmeißen Oh Mit F, ok Wie? Der Mann ist ja ok Loll Äh, Speer Wie geil Wie geil Ahhhh Loll Warum? Eins, eins ab Hör Hey, ab zu euch Hey, warum ist der Prima jetzt weggeschmissen? In pink gelb Ich dachte ich wär blau Was? Oh blau Aua, jetzt hört doch mal auf Oh Scheiße Hör Wüsste ich was? Dastion, hau ab Dastion Dastion Setze mich hin, ist doch jungs Dich jetzt Alter Dastion Arsch Nee, Ende reicht Nein Das wollte ich grad sagen Mann, ich wollte nicht nochmal schießen Ich hab auszusehen nochmal draufgedrückt, Mann Ich wusste, dass ich da gleich runterfalle Nein, ich versteck mich Beide Aua Hä? Dich Oh nein, das ist eine Schlange Ey, selber pisst dich mit der Schlange Könnten wir mal gleich zu TeamSpeak wechseln kurz? Ja, würd ich auch sagen Erstmal kurz zu TeamSpeak wechseln Mann, ich wollt nur Ich hab noch Ende weggekloppt da rund Boi Nee, nee, ich bin blau Aua Nee, ich hab aber Ende weggekloppt da nicht Ey, jetzt schlag mich doch nicht Sie hingen da in den komischen Dingen Naja, und ich hab dann noch Ende runtergeschmissen Das mein AAAAAA NEIN Lava Blitzau Hä, lebe ich noch? Leute, warum bin ich jetzt weggeflogen? Ey, ich krieg das Buch Das wird ein ganz dummes Ende nehmen Oh, scheiße Fliege auch voll weit Wum ran Das ist wirklich, oder? Der gerade fliegt oder was denn? Nein Oh Hey, kann ich da nicht durchgehen, Leute? Scheiße, ne? Was geht denn falsch, Alter? Warte mal Nicht jetzt mal leichter Ist das nicht die Laserwache? Boah Boah Alter Alter, jetzt nicht aufrecht Nein Boah, juck, ey Alter Alter Jetzt hab ich denen nicht mal einen Schaden gemacht? Dann kommt die Waffe da nicht durch, oder was? Ach, voll kack, ne? Oh löl Nein, nein Da, was ist das da? Nein, Ente Guck mal Ah Hände hoch Hände hoch Hände hoch Kommen hoch, Ente Alter, was geht bei dem Kopf, Junge? Oh ne Pampf, Alter Alter, dieser Shot, Junge. Nein, kuscheln. Hau die da drüben rum. Ja, tschüss Friedemann. Nicht mich. Hey, ich hab doch geschunzen. Ey, es kann nur einer übernehmen. Friedemann ist unterwegs. Nein, Friedemann. Hier ist alles Heure. Ich war auf einer Kiste. Hier, geh unter ein. Nein, nein, nein. Oh, Spur! Ah, warte, komm, komm, ich komm. So, erstmal, erstmal neu. Kommen wir nicht hoch? Na? Na? Was macht das jetzt? Wir haben Scheiß, Junge. Oh, lol. Hä, lol? Ja, schon. Ich bin jetzt tot. Stand da gerade Wicotori, Alter. Wicotori? Wicotori? Wicotori. Nein! 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 Nee! Minigun! Wie wird das denn? Alter, das sind Schlangen! Ja, das sind Schlangen! Ich dachte, das ist das normale Minigun, also! Alter, das sind Schlangen! Alter, Friede, Mann! Es reicht mal mit dem Kopf! Nein, der ist mit der Schlange weg! Oh, Schlangen! Nein! Ja! Wie das aussieht, Alter, das ist so geil! Ah! Alter, komm, schmittert euch, Junge! Jetzt ist es alles frei! Alter, ruhig! Schlangen! Alter, Gott! Nein! Nein! Jawohl! Was? Ich hab gewollt! Ich hab nur noch die Schlangen geschossen! Ich hab nur noch die Schlangen geschossen! Ich hab nur noch die Riesenschlange, ja! Der Riesenschlange! Anagonda, ja! Anagonda, ja! Anagonda, ja! Nein! Nein! Ja, ja! Du kannst mich nicht mehr aufhören! Nein, da muss ich auch! Oh! Nein! Was ist das hier? Da komm! Leute, das ist ein Explosionsschlangen! Was? Alles klar! Explosionsschlangen! Geil! Da, Junge! Granat, wir auch von den Schlangen kommen da raus! Alter! Alter! Ich hab jetzt irgendwie Schlangen gesprungen! Um ne große Schlange! Ah! Schlange! Alter, geht ja nur um Schlangen, Junge! Ja, ich hab keine Schlangen! Wer die größten Schlangen hat gewinnt, Alter! Gott! Warum bin ich nicht blau? Nein! Das ist aber voll geil! Ich find das voll geil, Alter! Ja! Lass mal! 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 Alter! Das ist passiert! Mein Gott! Ja, ich hab's! Alter, wach! Du bist falsch, Junge! Hey, noch mal die gleiche! Okay! Hände ich schon mal dritte Schlange! Bitte! Nein! Nicht Schlangen! Darum Schlangen! Was hab ich da? Was hab ich da? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Und ein... Das ist raserschwert! Das ist raserschwert! Oh! Oh! Oh, oh! 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 Nein, schieß mich selber runter, mach ich nicht idiot. Aber auch in die Schlangen. Nein, lass uns bitte mal lieb haben hier auf den Dingern. Nein, doch. Friede, Mann! Was mag ich denn? Na, der Turm ist gefallen, Junge. Der Turm ist gefallen. Wer webt ihr doch? Hä? Hey, warum waren das normale Waffen? Ich dachte nur Schlangen. Ich hab Rage-Waffen eigentlich. Ich war auch nur auf Schlangen eingestellt. Junge, warum werde ich eigentlich mal als erstes verwaffeln? Was ist denn das hier? Oh, lol. Das ist hier was Besseres. Oh, nee. Oh, nee. Kommt der da runter? Oh, ma ja. Loll. Nein. Besser. Nice Musik. Geil. Nein. Du bist gut. Wir sind alle dämlich. Ja, irgendwie schon. Entschuldigung, Junge. Komm, komm her. Ich will hier mal. Nee, weg hier. Komm her, Junge. Komm doch her, Junge. Nein. Mann, Ente, du bist freiwilliges Sprung und ich wollte hinterher, Junge. Was? Du hast in den Laser gepiekst, Alter. Ja, hab ich. Ente liebhaben, wir müssen wieder drüber abziehen, Ente. Ja, ich hab Ente doch immer lieb. Nein, Ente. Nein. 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 Friedemann, Friedemann, wir haben uns doch aber im Real-Leap, Junge. Ja, Alter. Du warst verkackt, Junge. Aber wir haben uns im Real-Leap, Friedemann. Ja, Ente, da wolltest du scheiße, was du Kiki kriegst. In Physik verteidige ich dich immer, wenn du mal was Falsches sagst. Also, wenn ich nix sage, aber egal. Oder wie du heute. Was haben wir? Was haben wir heute? Was haben wir heute? In Noter, Alter. Loll, was ist denn das hier? Warum ist das alles so Stückchenweise? Ich hab was Falsches gesagt? Was? Na aber, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Ich dachte, das geht nicht. Auf jeden Fall. Echt. Wow. Mann ey, was ist das? Ich zock den nicht mal gleich mit Siege, wenn die Siege zocken. Was wollen die? Ich zock den nicht mal gleich mit Siege. Oh. Noch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob hier Tim und Leonard, weil die wollten auch mal zocken. Aber ich wollte mit Tim ja mit Siege. Ah! Oh, nee. Ich bin mit Siege. Oh, wahrscheinlich. Ball of Duty. Friedemann? Ja, ja. Wollte schein ich. Tja. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Das war ja. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Boah, Alter. Aua. Jetzt habt ihr jetzt schluckt. Jetzt schluckt jetzt. Ja, ich hab jetzt übel geschluckt. Jedemann schluckt jetzt. Nein. Boah. Jedemann. Was ist das? Friedemann stand da wie so ein Rockstar, so von wegen. Das bin ich gefallen. Ich muss näher an den ran, Junge. Ja, Friedemann, mach das. Alter Friedemann, hör doch mal auf, jetzt. Friedemann kriegt das hin, genauso Friedemann, genauso. Ich kriege eine Waffe mehr. Ja, Friedemann, jetzt die Schuss, jetzt die Kommune. Los. Hält das auf ja aus? Ich triss die. Nein. Nein. Loll, alber. Ah! Easy! Ah! Nein! Friedemann, tschüss! Ihr macht das. Oh, ein Speer, Junge. Mit F kann man schmeißen. Boah! Nein! Ah! Das mach ich auch immer stich stich. Bei Just a Frame! Friedemann auch hoch! Nein, wo bin ich? Oh, ich bin glöd! Wir haben friedemann. Weck ihr auch immer. Hey, ich bin gelb! Ah! Das war Ente! Wiedemann ist immer more gelb! Wiedemann ist immer more gelb. Alta! Jetzt kriegst du Mensch! So! Einguish! EGE! Oh! Oh neeee! Das nicht! Nein! Ahhh! Ja, lol! Nein! Was spielt denn hier Pott? Nichts was du spielen kannst. Ah nein! Ah nein! Ah nein! Was ist das für eine Schlange? Ah! 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 Was ist da jetzt passiert? Ja nun? Ja du meinst doch gerade du... Ja jetzt ist mir egal, ich bin jetzt im anderen Terz. Ja ich hab dich abgeknallt. Nö. Nein! Nein! Ihr verfolgt mich! Schatzte du bist so ex! Geil! Geil! Ich hab gar nichts mehr da. Ich hab mich frei durchgenommen, ich bin ein Barrier jung. Ich weiß doch, dass du ohne mich nicht leben kannst. Ja deswegen ja. Friede man, alles gut ja. Friede man, auf einen Speer jetzt! Laser! Aber... Hast du mich jetzt in den Laser gepiekst, Alter? Ja hab ich. Ja hab ich. Hier ist der Entgeg... Nein! Pistole, Pistole! Was für Entgegner? Pistole, Pistole, Pistole! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Geh weg, so! Rechte Todscheiße! Was muss ich machen? Alle töten! So, ich leb ja noch! Fuck! Lauf mal! Ja, ich geh doch schon! Lies auf den da, nicht auf mich! Mach ich doch! Ich hab bis gerade keine Waffe, Junge! Boah! Boah! Warte, ich hab jetzt ein Trick aus diesem... Alter! Okay, Waffe! Was ist das gemacht? Ich hab das gemacht! Wie, der Mann VPs nicht! Ja, ich hüte Friedmann gut! Ich hüte Friedmann gut! Hüte ihn! Oh mein Gott! Da kommt Kugel! Ich hab mich immer richtig gut gehittet, Alter. Boah, Alter, jetzt hat er mich um. Das denn? Du musst das machen! Das denn? Main! Was macht'n das eigentlich? Hey, ich hab'n doch! Ja! Ja, ich hab'n gemacht, Junge. Okay, gar kein Problem, Alter. Kommt dann endlich mal gleich hier die krasse Folge Stickfight und verabschiede mich und die anderen damit aus der Wunde und hoffe, ihr hattet... Gut, das ist gleich ein Lava-Falle hier. Das ist die letzte Runde von The Stick Knight und Easy. Bis dann, oder so. Also viel Spaß, das weiß ich nicht. Egal, alles krassesten. Danke. Das geht!